Hallo, Pia macht gerade Frühstück und spricht dabei den Hexenreim, den sie so sehr liebt. Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex. Morgens früh um sieben schabt sie gelbe Rüben. Morgens früh um acht wird Kaffee gemacht. Die kleine Hexe tut am Morgen allerhand Sachen. Und weißt du noch, wie man die Wortart nennt, mit der man Dinge beschreibt, die man tut? Und? Genau. Tu-Wörter. Auch Verben genannt. Heute will ich dir zeigen, wie sich Verben verändern können. Machst du mit? Verben verändern sich. Aber wie denn genau? Die Hexe kocht ja gerade was. Also nehmen wir mal das Verb oder Tu-Wort kochen. Dabei kommt es darauf an, welche Person vor dem Verb steht. Die Hexe kocht eine Suppe. Man kann auch sagen, sie kocht eine Suppe. Was passiert, wenn Papa eine Suppe kocht? Papa kocht eine Suppe. Man kann auch sagen, er kocht eine Suppe. Oma und Opa kochen eine Suppe. Dann kann man auch sagen, sie kochen eine Suppe. Und wenn ich selbst dran bin, dann muss es heißen, ich koche eine Suppe. Was passiert jetzt mit der Grundform von kochen? Ich zeige dir das jetzt mal mit allen Personen. Schau mal. Hier stehen die Personen. Und hier steht der Verbstamm von kochen. Das ist Koch. Und hier stehen die verschiedenen Endungen. Eine Suppe verändert sich nicht. Ich koche eine Suppe. Du kochst eine Suppe. Er, sie, es kocht eine Suppe. Wir kochen eine Suppe. Ihr kocht eine Suppe. Sie kochen eine Suppe. Ich fasse mal zusammen. Verben verändern sich am Ende. Das Ende zeigt die Person an. Bei den meisten Verben in unserer Sprache sind es immer diese Endungen, die angehängt werden. Das üben wir jetzt mal. Gerade hast du gelernt, dass sich meistens Verben je nach Person immer gleich verändern. Nehmen wir mal das Verb machen. Ich beginne mit ich. Ich mache. Was könnte ich denn machen? Klar. Hausaufgaben. Pass auf. Ich mache Hausaufgaben. Weiter geht's. Du machst Hausaufgaben. Er oder sie macht Hausaufgaben. Wir machen Hausaufgaben. Ihr macht Hausaufgaben. Sie machen Hausaufgaben. Jetzt siehst du wieder, dass sich der Verbstamm mach nicht verändert. Hausaufgaben verändert sich nicht. Aber die Endungen sind genau dieselben wie bei kochen. Entscheidend ist immer die Person davor. Nun weißt du schon, dass sich Verben verändern. Du hast gelernt, dass sich die Endung eines Verbs verändert, je nachdem, was für eine Person davor steht. Ob du das bist, deine Oma oder deine ganze Klasse, kannst du ausdrücken, indem du sagst Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Du hast auch gelernt, was ein Verbstamm ist. Der bleibt immer unverändert. Und dir ist nun auch klar, dass sich bei den meisten Verben in unserer Sprache die Endung immer genau gleich verändert. Ich sage Tschüss und freue mich, dich hoffentlich bald wiederzusehen. Ich sage nicht, wie underneath. Untertitelung des ZDF, 2020